So, Video aufnehme. Ja, nein, es geht weiter. Hallo zusammen. Hello. So, Baldi, your turn. Ich fahr doch schon. Es ist immer kein Stress, alter Mann. Und der Benni und ich am Schluss. Der Langsamste fährt zum Schluss. Das ist genau passend. Da hat der Benni nicht aufpasst. Keine Panik, ich komm klar. Der Kutscher kennt den Weg. Sonst warten wir dann auf dich. Wer weiß, wo ich dann noch einmal anhalte. Leck mich doch fett. Wir befinden dich am Wohnanhänger. Deswegen, ja. Mal ein bisschen rote Ampel. Nächste Kreuz zum Dings abbiegen. Ja, ich hab's im Navi. Ich glaub, ich muss wieder... Dio! Ja, genau. Sollen wir gleich auch... Sollen wir hier nochmal rechts anhalten vor der Ampel? Warum? Weil ich pupsen muss die ganze Zeit? Nö, alles gut. Obwohl, es gab heute kein Sauerkraut. Aber dafür Grünkohlen. Oh, 10, 2, 1... Die NDR 1 Nacht mit Joffrey Miles. Wie viel Tonnen hab ich eigentlich drauf? 11. Ich guck da gar nicht drauf. Ich hab da auch nicht drauf geachtet, jetzt, wie ich ehrlich bin. Nicht vor einfach. Also, ich hab keine Dropped-FPS, Cedric. Cedric kann den Streamers irgendwo nicht gucken. Okay. Aber ich nehm an, dass die Datenrate zufügt. Ich hab A, Gegenverkehr. Nehm an, dass die Datenrate durch Ausflugge zu groß für... Ja, kann sein, dass er dann vielleicht wirklich ins WLAN rein muss. Wäre durchaus möglich. Wäre sicher empfehlenswert. Muss jemand tanken? Ne, ich hab hier noch drei Viertel. Ich glaub, es ist mal 70er, komm auch auf 80 anheben, ne? Ich hab auch noch Zigarette an. Läuft. Läuft, 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 läuft. In deine Hose. Meistens läuft's, ja. Hast du dir überhaupt noch Anbindebuchse, oder bist du wieder nackig da? Ne, ich sitz nicht nackig hier, das ist mir ein bisschen kalt. Also unten rum jetzt. Ne, ne, ist mir zu kalt. Dann muss ich die Heizung hier voller Pulle aufdrehen. Dann hab ich mir wenig Bock drauf, es kostet Heizöl. Ja, der Sommer ist vorbei. Ich hab da jetzt noch gar nicht. Dann darf ich hier im Computer stehen. Ja. Aber gut, ich hab hier auch nur ein Apartment zu beheizen. Das ist nur eine Ausflug. Ja, und wie ein ganzes Haus, ne? Außer jetzt oben der Raum. Aber hier unten, das ist Zwiebeldrossel. Obwohl im Laden soll ich die Heizung nicht ganz aus, ist aber zu minimal, ne? Benni, was eierst du dir da wieder ein, zurecht? Nein, ich hab grad's Fenster zugemacht. Vom Lkw, okay. Nein, hier, bei mir im Zimmer. Dann darf ich jetzt noch mal pupsen, vielleicht stimmt's dann noch ein bisschen mehr. Dann wär's mir richtig schön warm. Ja, weil Geo in dein Zimmer gefurzt hat. Ja, aber kein Feuerzeug rausnehmen, sonst ist die ganze Hütte weg. Wumsti. Dann wird's auf jeden Fall auch kurz schnell warm. Ja, ja, dann wird's ganz schön warm. Habt ihr diesen Japaner gesehen, der im Livestream seine Hütte angesteckt hat? Ja. Ich hab so gelacht. Du ein Idiot. Ist bei Twitch im Livestream und spielt da mit dem Feuerzeug rum und macht und tut über seine Kamera und Benzin rein und hast du nicht gesehen und wumms, die brennt erstmal hinter ihm der Mülleimer und er, ja, das ist ja erst gar nicht gemerkt, ne? Und dann dreht er sich dann um, ach, da brennt's ja. Ja, das ist ja geil. Geil. Äh, ich hab's so gelacht. Aber hey, Profis müssen cool bleiben. Ja, war dann aber zum Schluss nicht mehr cool. Nein, nein. Ich wollte grad sagen, wenn die Hütte abfackelt, ist das alles andere als cool. Ich kann die Hände wegnehmen vom Lenkrad, ich muss grad erst nix machen. Aber warte mal, dann kann ich ja gleich mal meinen Sack sortieren. Ah ja, super. Das hat gut funktioniert. Danke. Enge Kurve, ne? Ne, du hast mehr noch. Ich muss sagen, es kommen wieder so ein paar engere Kurven. 80? Ich bin noch 70 runter. Alles klar. Aber merkst du, dynamisch gemacht. Mhm. Ja. Ja, so ist das schön. Ne, Valdi? Das ist so schön. Wenn der Sack sortiert ist. Ja, das sowieso. Und die Hänger ja nicht mehr vom Stuhl runter waffeln. Ne, wenn sie den Sack aufschneiden und es richtig schön austrumpft. Je. Alles gut. Warum muss ich glaube, ich glaube, es sind noch ein paar mehr Kurven von der Kategorie dabei, ne? Ja. Ich glaube, ich habe ein Gestandbild. Ja, ich habe es gar gemerkt. Es ist schön, dass ich die Musik höre, aber die YouTuber hören die Musik nicht. Das passt. Weil ich ja das externe Radio an habe. Ich habe es intern über das Headset. Das ist schon gut. Ja, du nimmst hier auch nichts auf. Aber wenn ich hier aufnehme bei YouTube, dann sperren sie mir die Videos. So sieht es wohl aus. Ich tue zwar Musik mit reinmixen, aber ich habe nur Creative Commons Musik dabei. Das ist ja auch wieder eine andere Baustelle, ne? Ja. Creative was? Creative Commons. Sprich Musik, die unter bestimmten Bedingungen freigegeben ist zur Weiterverwendung. Okay, das wäre zum Beispiel... Alles Sachen, die du nicht kennst. Zum Beispiel höre ich jetzt gerade Joe Cocker. Und ich glaube nicht, dass der freigegeben ist. Wahrscheinlich nicht. Nicht nur wahrscheinlich, es ist ein sehr bekannter Sänger. Genau. Hauptsache zündest du mir in die Hütte, ey. Du kannst 90, ne, Joe? Ja, ich muss jetzt erst mal hier aus den Kufen raus. Wir sind eh, da ist sie dicht. Alles schon. Ja, wir sind in der City, ich werde ausgebremst. Wir müssen es sowieso rechts abbiegen, steht da. Ja. Ja. Nur, Cedric, was soll ich denn machen, wenn es mit dem nicht funktioniert? Cedric ist am Motzen im Chat. Schreibt mal. Kann er uns denn hören? Ich weiß es eben nicht. Der muss ihm schreiben, glaube ich. Ja, das heißt, wir halten an und dann kann er schreiben, Cedric, wähl dich ins WLAN an. Ich schätze, wenn der Streamer nicht hört, kann er uns ja nicht hören. Kannst du ja gleich bei der Fähre machen. Wir sind gerade mal in Warschau. Sollen wir mal kurz am Rad mal irgendwo anhalten? Jo, ich such gerade was. Wo genug Platz für alle ist. Wo du willst parken, ich gehe kurz auf dem Werkstatt, die ist hier links. Was machen wir? Oh, Mercedes-Händler. Ich gucke wieder alles. So. Ich muss gerade mal im Handy wechseln, dass ich so den Narissschreiben kann. So, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir jetzt so weit alles geklärt haben und dann kann ich mal eben eine Pipi-Pause machen. Alles klar, bis morgen!